Oh mann, Futur, schieß doch einfach neben die Wand, dann wär er tot gewesen. Ich hab noch nicht da rein. Die raus. Ach du Scheiß, ich kann kein Fahrzeug fahren hier im Platz. Die haben alle gestorben. Markus, mach mal ein bisschen Harry, weil du was anderes... Was? Du musst so zu Tarana Base gehen. Ah, ich hab vergessen, dass ich grad ganz viele Phantamine noch geworfen hatte. Ich hab keine Ressourcen mehr. Ist er reingefahren oder was? Ja, das auch. Der nächste ist reingefahren. Aber ich hab leider keine Ressourcen mehr. Irgendwie war das irgendwie nicht. Hab ihn! Nein, hab ihn nicht! Brandunterdrückung! Da kommt der nächste! Ich brauch ein Engie! Ach gut, Futo wird repariert. Vom was wegen repariert? Oh naja, ist Engie und ich hab schon wieder vergessen, die Waffe auszurüsten auf dem Flash. Jetzt fahr ich mit dem Flash ohne Waffe, eigentlich hab ich dann einen MG drauf. Ah ja. Eigentlich. Eigentlich. Ja, das ist so geil. Das beschießt mich in dir! Wenn es immer wieder zurückgesetzt wird. Wenn es immer wieder zurückgesetzt wird. Wenn die aus der Base wahrscheinlich. Seid ihr behindert? Warum schießt die auf mich? Na, weil du ihr Gegner bist wahrscheinlich. Das sind Gegner gegen das Empires. Wir stehen halt ganz. Halt dich. Ah Gott. Jetzt geht's weiter. Ich bin nur halber fit. Natürlich bin ich wieder leichter als Panzerfahrer. Das ist ja immer das Beste bei mir. Ich bin nur der Runderbase. Ja, dass du mich an die Wegpunktet, ich halt einen ganz Wissen schwer war. Ich meine da eigentlich verfuglich. Ich hab grad die Technikalage. Und das was du hast, das war das Team, du hast nix gemacht. Nee, das ist die ganze Zeit nur Heilungspunkte, der hat gesnackt eigentlich. Ja, ich hab die Leute abgeholt. Muss auch immer können. Leiter Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Engie, Engie, Engie. Ich bin im A-Punkt. Ich bin bei der Landeplattform. In A-Punkt gecapt. In A-Punkt gecapt. In A-Punkt gecapt. Oh, da ist ne Bewegungsmine. Ausgeschaltet. Da für dich. Warum liegt hier Stroh? Was hast du da in deinem Po? Oh, irgendwas ist hier grad schon wieder explodiert. Ich kontakte feindlichem Ingenieur, das gefällt mir nicht, weil ich Ingi bin. Wo sind die ganzen... Hier sind doch zwei Vanus, wo sind die? Ich seh die auf der Karte, aber ich find sie nicht. Oh, ich geh mal C. Ich glaub, die sind alle unter mir. Ja, das kann gut sein. Oh, das ist das Holo-Gitter-Ding. Holo-Quefix. Ja, toll, jetzt ist einer hinter mir. Von dem Piss an. Jetzt bin ich tot. Holo-Quefix mag ich. Sag, was du gut warst. Grüßchen. Sind wir nicht bei Holo-Quefix? Ich glaub, wir sind bei Holo-Quefix. Ich hab grad ne Mine gefunden. Stell dir vor. Ich auch. Ich bin nicht reingelaufen. Ich bin sogar drüber gelaufen. Oh, noch nicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt. What's about that. What's about that? Weck dich. Also ich hab jetzt genau 18 Minuten Spielzeit und zwei Kills. Oh yeah. Hab ein Killfoto. Was ich viel hab? Ich hab null. es gibt es in der Nähe die Schlachten sind einfach scheiße es ist einfach scheiße es sei wieder der Kling mal Markus er ist nicht beim Trupp.de er hat mich bei Sanderer Ernst von Becken ja das sind die reißen und auch vor allem als andere Wettdingen steht sogar die Hälfte drinnen aber er ist die Hälfte weil ich kann ich komme mit fack lass mich mitfahren aber jetzt wie scheiß Mops jetzt Alter Nops die Spastis oder? hol 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 sorry mate sorry push the wrong button wo ist ein Spawner? oh scheiße Fallschaden gekriegt als wohl Arschloat holen wieder nicht besonderer was war das jetzt? eine Schafftegranate eine Schafftegranate wo ist der Harry? da ist er Harry und drin ohne Hellbird und wieder tot tot das überfahren nein habe ich nicht was eingeladen nein jetzt mal weg hier doch hast du den Sniper nicht ich habe Medic eingeladen ja das ist auch sinnvoll bringt uns nichts doch weil da du wieder kein Inti bist muss ich aussteigen und reparieren wahrscheinlich werde ich dann erschossen dann dann kann ich den Medic wieder benötigen Aua also ist der gut gestört wo ich sitzen bleiben kann wie kommt bitte jetzt sie vier runter als ich habe mir schlecht gesertet wenn ich einen gut gesertet habe natürlich ist so logisch letztes Mal war er auch gut gesertet nur die Waffe war so ein bisschen schrottig ach dann sind hinter uns den gleich war nur um nein sind sie nicht sind sie nicht sind sie nicht doch da heißt vor 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 stopp 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 bye nein stell doch der ist weg nein der ist hier direkt neben dir direkt neben dir direkt neben dir hey komm doch nach hinten oh man Futur schieß doch einfach neben die Wand dann wäre er tot gewesen ich habe ihn noch nicht erreicht gegen die Wand dann wäre er tot gewesen wie oft noch sorry mate halt einfach ein Gegner sieben Sekunden direkt vorm Lauf von der Helm wird und er schafft einfach nicht nein nein doch jetzt nein raus und ich wüsste Sanderer brennt unserem Sandi der wo kaputt ist Sandi ist nicht kaputt hab ich gerade gerettet Angreifer getötet und Sandi repariert jawohl kann ich jetzt spawnen 4,5 alter Schwede und noch ein Kill hier oben gemacht oh wir haben sieben Prozent äh Ding auch steht es jetzt mal drin boah lecker ich war das erste Mal das ist drin schon sieben Prozent der nächsten Feind getötet wo wir zwei Besserungen haben boah haben wir jetzt noch richtige Lappen oh man nur zwei bekommen diesmal der dritte war ein Lille 100 der hat mich dann gerettet hm wo ich hatte hat noch vier Prozent oder so boah will das dann nur jetzt ja nicht mal fahren heißt du schaffst das nicht mal einzutöten und ich kämpfe gegen drei auf einmal genau oder bist du mal mit mir jetzt hoch ah ne du fliegst da hoch ok kann ich jetzt ja gleich tot ja war noch lebe ich auch wieder runter und sehr verwunderlich dass du noch lebst ja ab und zu verwundere ich mich selber alt ich gebe dir Rückendeckung Sven geile Rückendeckung ich bin fast tot aber er ist da ja relative Rückendeckung ja der ist tot du hast es gemerkt dass ich im Rücken war aaaah hier ist da noch einer mein Rücken ich wurde gar vom Rücken übrigens getötet ja ich hab den ich hab ihn ja das bringt mir wenig meine Rückendeckung ist nämlich spazieren gegangen ich bin von der anderen Seite gekommen ich bin immer noch der Typ spazieren soviel zum Thema er ist tot wo bist du gestorben ja im A-Raum ich bin oberhalb von A ich mach die Leute oben halt weg das keiner mehr runterkommen nur die von oben haben mich getötet gut dass du die weggemacht hast ein einhaltig getötet einen jahr da war ein Video das Video aber einer Todes er hat einen getötet von einer halben Armee alter wie viel schluckt der Tja wie eine französische Note ich hab dem einfach ein ganzes Magazin Blitz gegeben und der hatte danach immer noch Schutzschild hat nein aber man merkt schon ich habe länger nicht mehr Blendenzeit gespielt nämlich auch ich bin ich mal um dann nur zur Aufnahme das spielte ich bin öfter an Events noch aber da schiebte ich selten gegen Gegner im Normalfall schiebte ich nur unsere eigenen Gerüten ja so ist es und hier muss ich auch einmal wieder Gegner töten überfordert einen Fall da voll viel alter ich laufe auf dem Haus noch zwei Sekunden später bin ich einfach tot weil die mir nur Headshots geben wir rennen nur 100 herum nur 100er was ist hier los was das für eine Base aber wir haben nur 20 Minuten bis zu die Base einzunehmen Warte jetzt kommt der verdammt no alter Junge ich schieße den ganzen das Magazin rein ja ich habe mich auch mal wieder ein Kill gemacht alter dieser Spastier da es wird na ja auf jeden Fall die Aufnahme ist mit oder auch ist nämlich hinter der Wand noch tot wieder ein 100 ein habe ich auch in der ich die ganze Zeit alleine gegen 300er jedes Verlagsozial so als es ist unser einer das andere dauernd na ja ich glaube die ich glaube den Alarm gewinnen wir heute nicht ach komm kommst du gleich drauf habe ich im Gefühl ja und hat sie gut aus wie wir die alle überrennen also der war noch viel Auswahlmöglichkeiten uns zu verteilen ja ok stimmt wir können nur die paar Besen angreifen da haben wir halt Masse BTR Masse statt Glas bei Vanus Hacking ist das Checking Hacking statt äh alter auf die Distanz naja egal auf jeden Fall ist die Folge rum wir sehen uns beim nächsten mal wieder da ist die Aufnahme länger besser hoffe ich doch 15, so jetzt eine halbe Stunde ist halt verkackt die Katz ja ähm bis zum nächsten oh man jetzt ist er wieder hinter mir fecken scheiße wir sehen uns bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal